Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Black Ops 3. Ich habe das zusammen mit Max gespielt und ja, ich mache jetzt nicht einmal die Ration so, weil ich da keine gemacht habe, weil wir einfach random wieder aufgenommen haben. Es sind zwei krasse Runden drin auf jeden Fall und also für mich sehr krass, für euch wahrscheinlich, wenn ihr das öfters gespielt habt, schon irgendwie noch schlecht, aber naja, für mich ist das sehr geil. Und ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß und meine Stimme ist bei mir weg. Ja, ist auf jeden Fall schön. Okay, viel Spaß in dem Video. Ich bin tot. So rum. Oh Gott, krieg den bitte da drin. Natürlich nicht, aber er ist weak. Wo ist der denn? Ja, es ist schon wieder unmöglich. Danke. Ey, er ist schon wieder unsterblich. Ich habe eine Granate, die. Okay, geht nach hier. Einen hab ich. Ist auch noch da drin. Er ist fucking unsterblich, es geht nicht. Ich habe ihn nochmal getroffen. Ich habe ihn. Nachdem er deine Schockladung noch hengeschmissen hat. Ich habe einen Kopfschuss gemacht. Noch ein Kopfschuss. Ach, hinter uns, maaannn. 50 Punkte. Das hätte eigentlich nur ein Headshot sein müssen, oder nicht? Kann man nicht. Treffig. Da hat sich gesnipet einer, aber da war ich einfach live. Den habe ich auch noch gekriegt, aber... 75 vor Drohne, alles klar. Immerhin zu Haus. Oder auch nicht. Da hinten im Haus. Im Haus wahrscheinlich schwimmen wir im Haus hinten. Noch ein Geholt. Der F5. Hat richtig gut anstreak. Und noch ganz viele. Also vier Leute mindestens. Hab ich. Oh Gott, der hat auch... Ne, der hat noch richtig... Oh, Alter. Ja, er hat mich aber ganz normal getötet. Und gefrackt. Wo ist der? Links hinter der Tür. Ihm. Push. Oh Gott. Ich konnte nicht mehr zielen, ne? Ja, der killt ja jetzt alle, weil er einfach nur vier zielt. Oh Gott, der hat sich die Kugel gesehen, die einfach nur baggern. Ich hab ihn. Aber das ist noch einer. Ja, den habe ich nicht mehr. Ja. Oh, mich hat er auch getroffen, tatsächlich. Bereit zum Aufdrehen. Ja, mein Sohn. Er wollte mich halt wieder grabbezweigen und ich bin hochgekommen, er hat mich nicht gekriegt. Was, als ob ich nicht einen gekillt hab, man? Ich hab ihn ausgeliebt. Und ich bin die zweite. Ich bin die dritte. Aber... Ey, wir sind beide drauf. Das ist ja jetzt mal eine gute Runde gewesen. Kann das sein? Ich bin am Schluss noch gestorben, ey. Ich seh so einfach. Ich hasse alles. Kann das nicht sein, dass wir beide Polstyp sind? Feindliche Batschulien! Was, 17,5, der F? Ja, krass. Ja, ich stand besser. Aber ich bin am Schluss jetzt noch gestorben von diesen Raketenwerfertypen. Eliminiert mein Sohn. Hä, wo war da einer? Ja, der ist halt direkt nicht vorbeigelaufen. Gut, ich hab ihn nicht mal gesehen. Ich krieg dir jetzt. War keiner. Nein, ist der, mein Schütze. Durchziehen. Oh Gott, der hat mich gesehen. Ja, der kriegt der Rippe. Er wird schon. Es gibt hinten den Rippen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was raus? Was? Ey, weißt du, was da war? Da waren vier Leute oder so im Haus. Und ich hab da drauf geballert. Und dann ist meine Munition leer. Und ich renne kurz raus. Und der kommt mit seinen zwei Pistolen gegangen und tötet mich. Hier waren mal wieder drei Gegner. Geil, ich bin rausgekippt. Geil nicht. Da ganz die perfekte Lobby für uns. Warum nicht? Ich bin über... Hey, ich würd gern wieder ins Spiels hin. Gute. Gute Video. Oh mein Gott, ich hab schon Vorräte. Vorräte erwarten Befehle. Feindlicher Geist unterwegs. Kein Geist? Ja, da ist ja einer übelgut bei denen. Ja, geil. Meine Vorräte liegen da. Hey, ich tüpfel wieder raus. Okay. Ich bin einfach nur gestorben, weil ich rausgekippt. Mann, was soll ich denn tun? Mein Game die ganze Zeit. Nein. Wir hätten hier abserviert, Black Ops. Ein bisschen mehr Dampf. Nein. Nein. So lächerlich, ne? Sein Geist macht so viele Kills. Guck mal, wir stehen so weit... Ja, wir stehen so weit... Ja, wir stehen so weit... Ja. Oh. Hätte ich eine Sekunde gewartet, hättest du sie mit der Granate geholt. Da hinten? Hinten? Der nicht. Der ist nicht mehr da. Oh. Au. Hä? Wo? Der hat irgendwo gesniped. Ich hab'n... ...Nife Runner gefunden. Okay, der ist tot. Ja, ich hab' ihn. Ein Frisbee nimmt er, lieber... Alles klar, ich komm hier nicht hoch. Geh' ich halt außen rum, ich hab's verstanden. Vielleicht zu breit. Ich hab' fast viel geholt, wenn ich nicht um die Ecke gegangen wär. Wo sind's töten? Töten nicht. Töten nur noch landen. Kommt der mehr auf jeden Fall? Der ist laut, der ist laut. Ich brauch hier... Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nachlanden. Och nö. Und er holt... Ach du, er ist in mir Flammenwerfer. Ich hab' so Glück gehabt, gerade. Du hast in mir Flammenwerfer geholt. So ne halbe Sekunde, bevor ich... ... die Bewelladung gewartet. Ich ließ mit. Ah, na. Haus, wollte ich sagen. Kann mir auch noch bekommen. Aber ich hab' keine Drohne freigeschaltet, leider. Oh mein Gott. Achtung! Feindliche Vorräte von oben. Feindliche Drohne gesehen. Die sollten mal kontesten die Vorräte. Die wirft mir immer irgendwann am Rand ab. Da, ich seh' sie. Oh Gott, ich lauf' in den Kanten. Ja, ich bin noch tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab' den da hier vor Nacht. Ach, gut. Nein, bitte. Oh Gott. Ich hab' dir den Arsch gerettet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab' äh, Dings. Vorräte. Vorräte. Hellstorm unterwegs. Drohne bereit für Befehle. Oh mein Gott, ich hätt' ich schläg' 27, Alter, what the fuck. Ja, das war'ne sehr gute Runde. Ja, für dich jetzt nicht unbedingt, aber für mich. Du hast deine beste KD bisher, glaub' ich, oder? Ja, ja. Ja, ich glaub' schon. Ja, unter 10 Tode ist natürlich auch schön, mein. Geh' zur Awakens Bootcamp. So, jetzt möchte ich gerne... ...die 4. Okay, dann halt nicht. Mach' halt den übelsten komischen Move. Haha.